Hallo Leute, wir sind hier wieder bei Let's Fail Kirby Nightmare on Dreamlands, auch genannt, Schatten, Bedrohung, Traumland. Es ist 21 Uhr, 31 Uhr und 22 Uhr, 31 Uhr, tut mir leid, ähm, ja, wir beginnen sofort mit dem Level, im Hintergrund ist Strohhut 100, Shadow LP 16, Strohhut ist am schlafen. Fast. Fast am schlafen, sagen wir so. Ich kannte das Spiel einfach nicht. Oh man, ich hab mir, ich hab mir so viel gebetet, aber nein. Ja, wenigstens habe ich Steine. Na, was sagst du. es kommt plötzlich denkt man nur darf auf den dings auf auf dem schreibtisch ich habe ihn blatt gekriegt und jetzt sind wir wieder popstar ich will hier runter was ist hier was ist hier lass mich runter kirby 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 ist es eine geheime tür oder eine geheime tür ja schalter und wir haben arena frei gespielt und wir wurden geheilt ja war's das schon shadow ich glaube kirby lewissen ziemlich schnell zu werden und wieder nur bis zu zwei ja das leben allerdings ich jetzt habe ich vergessen ich sag sie wenn ich wieder weiß ah ja dafür schwer aber einfach äh relativ kurz schwer und knuckig ah ein rad ein rad alter kurz doch mal wie besiege ich das rad hallo wie besiege ich das rad hallo ich wollte schon sagen ich glaube ich versuche dieses mal nicht zu sterben leute ich bin schnell weg und ab ich bin schnell weg da ein kollekt mit schnell mit komment bei einem programm hilfe ich komme gleich wieder also bis nachher du musst gar nichts sagen also bis gleich wieder die macht des emulators leute so ich hoffe dass es jetzt nicht asynchron ist warte die aua warte die fick dich und und strohhut man würde ich ganz schlecht was ist mit essen ich will auch essen ich bin so schlecht man oh hallo stein igel nein nix damit igel leute ich habe mir versprochen heute nicht zu sterben naja kann jetzt lustig werden würde ich sagen oh du schon wieder sterb sterb oh oh nein nein oh scheiße scheiße nein hör auf gib mir deine kinder materialien mann johnny ja keiner liebt dich was ist keiner liebt dich äh ich bin gestorben das ist ja kein hm na gut ich mach dir rat nochmal dabei wollte ich dieses mal nicht sterben sterb also kobe ist schwer leute ich bin nie curvy also das hier ist ein 100% blind run naja 100% werde ich das spiel nicht aber so viel wie möglich aber es ist zu 100% blind das hätte ich jetzt auch gesagt ich spiel kein curvy tut mir leid noch nicht eh na außer vom lb hier schon aber fick dich du scheißrad tut mir leid für die aussprache aber ach ach man kobe ist so schwer du hast doch jeden tag ich bin ehrlich leid das rad ist gemein kann ich dich mit der slide attack eigentlich verletzen nein kann ich nicht nein kann ich nicht das ist doof das ist richtig doof und ich kann das spiel nicht jetzt ohne scheiß wie soll das let's play weitergehen ich bin jetzt schon wieder fast tot ich bin jetzt schon wieder fast tot naja gut mit dem rad geht wenigstens schön schnell bis jetzt jo ah das ist hoch curvy jetzt noch das extra leben damit so aussieht wie jetzt wäre ich nicht gestorben wow scheiße nein nein wieder so ein scheiß boss hatte ich nicht eben schon den boss bam 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 aber hey der scheint nicht so schwer zu sein wie heißt diese gegner eigentlich baxi dachte ich nein fick dich baxi oder wie auch immer du heißt ich nenne dich jetzt einfach Käfer Käferli keine ahnung keine ahnung ein treffer noch und wir halten ihn welche fähigkeit hat er hat er überhaupt eine fähigkeit ich weiß es nicht haha ja nein und er hat die fähigkeit knockout das ist ja cool kirby du gefällst mir haha kirby ich liebe dich schwuchtel nein meine fähigkeit fähigkeit nein oh 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 kaputt hauen kaputt hauen was hat das jetzt schon wieder mit schwuchtel zu tun keine ahnung ach ich sitze unbequem sehr unbequem dann setze ich bequem hin hab ich ja gerade na außer vielleicht das Eneb in Aura verdammt haben wir wenig geschafft mit dieser Aufnahme liegt nicht an mir das liegt daran das ist einfach kein kirby spiel kommst du da noch mal fiesta natürlich also ja ich weiß ich weiß ich zieh mir jetzt ein make of 20 schnell ne dann warte ich schon auf dich wenn es dir recht ist ja du musst es hier ne ah hier öffnet sich ne Tür schön man ich mach hier power ich mach hier wow ich bin ja richtig gut hier was zur helle soll die scheiße ich will an die maxi tomate wie muss ich eigentlich ein make stun alles auf end kürzer hier nicht mehr die Aufnahmen rein aber was zur es ist einfach pflichtverdammt verdammt fickt euch nein das ist böse gemacht hier warum was machen die ich wollte ich hatte ein Leben leute fail wieder fail hatte ein Leben wollte mir ein extra leben holen es ist so ein komplettes live ich hatte nur noch ein live bar sagt alles aus und da waren stacheln und ich bin reingesprungen oh cool wir haben es geschafft leute wir werden immer schlechter wie soll ich dich eigentlich jetzt unter Aufnahmen nennen oder Stroh sagt wenn man einfach früher okay Flo es geht überhaupt stellen fliegt hochkirby brauchen wir nicht mehr hochwarten ach du scheiße ich bin schon bei 21 und mein Gott bin nicht gut ich habe schon plus 20 und plus 21 bei end oh metanheit kennst du brawl nein du kennst nicht sowas mit Spaß brawl ach so alter das ist wieder am abend doch kenne ich ich finde es cool me too ich kannte spiel einfach nicht hört auf mich zu spammen ich kannte spiel einfach nicht na falls ihr mich spamm würdet was für ein scherz der scherz war gut der war wirklich gut ach da war so ach da war richtig geil halt deinen Mund bringt dir ja nichts mir und nichts oh maxi tomate äh pet trinkt neben maxi tomate au es klärt alles es ging jetzt bei dir schon hoffentlich bringe ich dieses mal bis zu aha bis zu eins nein bis zu zwei bis bei Fiesta eigentlich ein Lagerhaus wo ich Geld reintun kann ja gut bräuchte ich nämlich dann mal hau nun ist das ne ja hau nun waddu Sea of Cream wenn wir ein Ausrufezeichen sollen müssen wir sofort Y drücken äh A Y ich bin oh schon so ein Ozufreak hm ich bin nicht schlecht oh guck Kawasaki nein du bist nicht schlecht au shit Bonus 3000 ihr wollt äh ich versuchte es eine Lelle noch oh invisible candy la 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 flieg Kirby flieg Sieg und flieg jaaaa zieh durch wenig ist eine Fähigkeit Frost oh ich bin Frost ahhh ich kann das einfach nicht oh nein nicht nur wieder so ein Boss ist doch scheiße Florian ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ich versuche euch zu bleiben naja gut wenigstens bekomme ich wenigstens eine ordentliche Fähigkeit wieder oh oh man oh der scheiß Affe springt hahaha was für ein Notwitz ah cool oh Maxi Tomate oh live jaaaa na das lasse ich mir gerne übergehen 6 lives nope nur 5 wieder nur bis zu 2 gekommen weil ich so schlecht bin wie ich wollte schon sagen so leute ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste mal bei Welt 6 äh Welt 6 Tür 6 und äh ja willst du nochmal sagen Flo? Nö außer Gute Nacht ja Gute Nacht und vor allen Dingen äh spielt kein Korpi es ist schwer